Eine gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Köln-Junkersdorf. 2005 wurde das Wohnhaus erbaut. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über eine Gästetoilette, eine Einbauküche, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Die Immobilie ist luxuriös ausgestattet. Bei einer Wohnfläche von ca. 90 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 1.100 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.